Sport ist wichtig und gehört gefördert. Da sind sich alle einig. Brunnen am Gebirge zeigt beim Tag des Sports, welche Angebote es im Ort gibt und man konnte die eine oder andere Sportart auch ausprobieren. Heute ist im Brunnen Tag des Sports. Die ganzen Vereine hier präsentieren sich. Warum ist es wichtig, dass es so einen Tag gibt? Naja, es gibt Ihnen jetzt das vierte Mal hier im Brunnen am Gebirge. Sinnvolle Freizeitbetätigung, Gesundheit, Sport ist ja was ganz was Wichtiges. Darum erachten wir es, die ganze Gemeinde, der ganze Gemeinderat für wichtig, dass es diesen Tag gibt. Es präsentieren sich ja nicht alle Vereine, die es gibt in Brunn. Dafür wäre der Saal viel, viel zu klein, aber es ist ein guter Querschnitt, der sich hier präsentiert und es wird, so hoffe ich und glaube ich heuer, genauso ein großer Erfolg wie in den vergangenen Jahren. Es präsentieren sich insgesamt 13 Vereine und Einrichtungen, die sich mit dem Thema Sport und Bewegung in Brunn auseinandersetzen. Hier ihr Angebot in der Zweifach-Sporthalle der Markgemeinde Brunn. Das beginnt vom Kraftsportclub, der hinter uns steht, also vom Gewichtheben bis hin zur Union, den Naturfremden, also alle Arten der Bewegung und des Sports, die es gibt. Wie wichtig ist Sport? Sport ist immens wichtig, ja. Es ist vor allem in der heutigen Zeit, wo sehr viele Kinder auf ihren Smartphones vor dem Computer sitzen, sehr, sehr wichtig für ihre Entwicklung, dass sie Sport betreiben. Und sei es in einem Verein oder sei es auch nur privat, oder dass sie die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen, um sich einfach zu bewegen. Erzähl mal, was hast du da gerade machen müssen? Ich musste auf so einem Rodeo herum balancieren. Und wie war das? Lustig. War es schwierig? Am Ende schon. Machst du so Sport? Ja. Was denn? Jiu-Jitsu und Fußball. Wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Sport? Naja, also ein passiver Sportler bin ich natürlich auf jeden Fall. Ich bin heute schon um halb sieben aufgestanden, um das Formel-1-Rennen zu schauen. Also ich bin ganz ein braver. Ja, und ich bin Mitglied beim Tennis-Club in Brunn auseinandersetzen. Ich bin im Brunn am Gebirge. Ich habe das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren gespielt. Ich bin Mitglied in der Sportunion im Brunn am Gebirge. Da nehme ich mir auch schon seit zwei Jahren vor, endlich wieder aktiver zu werden. Ja, und da spiele ich halt so ein bisschen Golf. Aber es geht leider nicht mehr. Man hat halt viel zu tun. Beruf, es ist Familie, es ist Hobbys und da ist nicht alles so leicht unterbringen. Aber Sport ist prinzipiell halt etwas ganz, ganz Wichtiges und das sollte man halt fördern. Ihr habt ja heute von den Naturfreunden diese Kletterwand aufgestellt. Warum seid ihr hier dabei beim Tag des Sports? Wir sind hier dabei, weil wir für die Erdbebenopfer in Nepal eine Spendenaktion machen, eine Charity-Aktion. Das ist ein bisschen untergegangen in den letzten Monaten aufgrund diverser anderen Themen. Und dass wir die Jugend auch und die Kinder herkriegen, haben wir gesagt, okay, besorgen wir von den Naturfreunden Niederösterreich diese Kletterwand. Und wie war's? Es war super, wirklich. Ich kann das nur jedem empfehlen, das einmal auszuprobieren. Ja, es macht Spaß. Es ist ja in dem Sinn eine Übungskletterwand. Das heißt, man braucht, glaube ich, kaum Vorkenntnisse. Und es ist ein bisschen eine Aufregung auch dabei, ein bisschen ein Kick. Wenn man dann oben ist, ist man happy. Das heißt, man braucht, glaube ich.